Michaela Protiva macht es Spaß, ihre Forschung zu erklären. Während ihrer Doktorarbeit nimmt sie sich sogar die Zeit, einen Film für YouTube zu machen, mit Animationen, die sie selbst erstellt. Ich bin ein kreativer Mensch. Mir macht es total Spaß, auch so für Publikationen, Abbildungen zu machen oder Vorträge zu gestalten. Und ich arbeite gerne mit dem Grafikprogramm und lerne mich da auch gerne ein. Und das war halt, das finde ich schön, dass das eben auch noch ein Aspekt ist von der Wissenschaft, dass man eben dieses Kreative benutzen kann, dass es praktisch ein Weg ist, um sich kreativ auszutoben, obwohl man in der Wissenschaft tätig ist. Michaela Protiva forscht an Alternativen zu Antibiotika, um lebensbedrohliche Infektionen durch Bakterien zu bekämpfen. Ihr Gegner ist einer der weltweit gefährlichsten Keime. Pseudomonas eruginosa. Er verursacht Blutvergiftungen oder schwere Lungenentzündungen. Dafür geht er besonders heimtickisch vor. Pseudomonas ist ein Erreger, der hat so seine ganz eigene Strategie. Der geht in die Lunge und wartet erst mal. Vermehrt sich, aber bleibt unbemerkt unter dem Radar vom Immunsystem. Hier sind die Erreger grünleuchtend im Lungengewebe zu erkennen. Sie vermehren sich, bis es genügend von ihnen gibt. Dann fangen alle Zellen gleichzeitig an, eine Attacke zu starten. Das heißt, es ist wie auf einem Schlachtfeld. Also ein einzelner Soldat hat keine Chance. Aber sobald das Gebiet unterwandert ist und alle miteinander kommunizieren und dann den Angriff starten, dann kann das erfolgreich werden. Michaela Protiva und ihre Kollegen von der Uni Konstanz wissen, die Bakterien kommunizieren über einen chemischen Signalstoff, den sie ausschütten. Je mehr Bakterien vorhanden sind, desto höher ist die Konzentration davon im Gewebe. Erreicht sie einen Schwellwert, gibt das den Bakterien das Signal für den Angriff auf den Körper. Genau hier wollen die Forscher ansetzen. Das Ziel ist, mit einem neuen Wirkstoff die Kommunikation der Bakterien zu unterbinden und somit dem Immunsystem Zeit zu geben, diese Bakterien zu beseitigen. Michaela Protiva nimmt ein wichtiges Protein des Erregers in den Fokus. Es ist entscheidend für die Herstellung der Signalmoleküle. Sie lässt es von harmlosen Laborbakterien produzieren. So kann sie einfach und gefahrlos testen, welche Wirkstoffe dieses Protein blockieren könnte. Soweit die Theorie. Es ist nicht diese schöne Idealvorstellung, was viele von Forschung haben, dass man da im Labor steht und alles funktioniert. Sondern es ist wirklich so, das meiste oder vieles funktioniert nicht. Und man darf dann nicht frustriert sein, man macht dann weiter. Nach unzähligen Tagen und Wochenenden im Labor kann sie gleich mehrere Kommunikationshämmer identifizieren. Michaela Protiva wünscht sich, dass daraus vielleicht schon bald ein neues Medikament entsteht, das Leben rettet. Das ist mir immer wichtig. Also ich mag nicht irgendwas, was rein mit Bakterien zu tun hat und keinen Bezug zum Menschen hat, sondern immer gern so den Bezug zur Gesundheit und zum klinischen Alltag haben.